Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, beziehungsweise ihr seht es ja, ein Thema rund um World of Tanks. Es geht nochmal um das Caravan-Event, was ja heute Abend nun zu Ende geht am Sonntag. Und vor, ich würde sagen, circa einer halben Stunde hat mich eine Nachricht von Euk Rathis erreicht, ehemaliger Community-Kontributor-Kollege von mir, der mich auf einem Posting aus dem WOT-Forum aufmerksam gemacht hat, wo es darum ging, dass ein Spieler wohl den Support angeschrieben hat und, ähm, ja, kritisch mit dem Caravan-Event umgegangen ist und seine Credits, die er durch die Re-Rolls eingesetzt hat, wieder zurück erhalten hat. Das zumindestens gibt hier dieses Posting wieder. Der Spieler hat sich wohl auf die Aussage aus dem Artikel verlassen, wo drinne steht, ihr erhaltet nur Pakete mit Fahrzeugen und Stilen, die ihr noch nicht auf eurem Konto habt. Ob zu diesem Zeitpunkt schon klar war, dass man weiß, welche Angebote ausverkauft sind oder nicht, denn das wurde ja auch erst nachträglich hier oben von Wargaming hinzugefügt, das ist mir aktuell nicht bekannt. Klar geht aber aus dem Posting hier im Forum hervor, dass der Spieler sich wohl auf diese Aussage hier verlassen hat, also ihr erhaltet nur Pakete mit, äh, oder Stile, die ihr noch nicht auf eurem Konto habt und wollte sich wohl den Estron Rex eher re-rollen, also dass er das Angebot dafür sieht. Der ist nie erschienen, weil der wohl zu diesem Zeitpunkt dann schon ausverkauft war, nehme ich mal an. Und dieser Spieler hat hier 30 Millionen Credits laut dem Forums-Post quasi versenkt, ohne dafür auch nur einen Gegenwert zu bekommen. Und ich weiß auch aus meiner Community, von meinen Zuschauern, dass auch einige vielleicht nicht ganz so viele Credits da reingepumpt haben, aber natürlich da doch schon einige Credits gerade am ersten Tag, ähm, ich sag mal verloren gegangen wurden, weil halt natürlich re-rollt wurde auf die Hoffnung, irgendein Angebot zu erhalten, was zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon ausverkauft war. Der Kiro-Wetz zum Beispiel war ja schon nach wenigen Stunden ausverkauft. Und dieser Spieler hat nun hier seine 30 Millionen Credits, oder hier steht was von fast 32 Millionen in dem Screenshot von Wargaming zurückerhalten. Und im Moment, heute Sonntagabend, gibt es keinerlei offizielle Bestätigung von Wargaming, dass man wohl an den Support herantreten kann. Das ist also im Moment wohl mehr oder weniger ein Einzelfall. Ein anderer, nicht deutschsprachiger CC, hat im Discord bei Wargaming wohl auch schon eine Meldung gehabt von einem seiner Zuschauer. Also es scheinen wohl Leute versucht zu haben. Im Moment gibt es aber, wie gesagt, keine Bestätigung seitens Wargaming, ähm, dass man das wohl tun kann und dass man dann auch seine Credits wiederbekommt. Nichtsdestotrotz ist es umso wichtig, diese Info jetzt hier zu teilen, ähm, dass ihr, wenn ihr auch sehr viele Credits da reingepumpt habt und wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese Aussage hier, dieser Screenshot auch kein Fake im Forum ist, dass jeder das Recht da haben sollte, ähm, auch seine Credits wiederzubekommen und dass Wargaming hoffentlich, falls diese ganze Information hier stimmen sollte, dazu noch eine, also eine öffentliche Stellungnahme dazu abgibt, also in Form eines Artikels auf der WOT-Seite, damit auch jeder Spieler darüber informiert wird und das hier nicht irgendwo unter der Hand im Forum abgeht, wo natürlich die meisten von uns nicht unbedingt reingucken. Ich zum Beispiel auch nicht. Ich hätte das jetzt auch nicht mitbekommen, wenn mich nicht Eukrates darauf hingewiesen hat. Also, das Ganze ist noch nicht offiziell bestätigt, ähm, von Wargaming. Ich sehe das aber hier als relativ wahrscheinlich an, dass das kein Fake ist, was wir hier sehen und dementsprechend kann ich nur jeden ermutigen, geht auf den, ähm, Support zu, schreibt ein Ticket, argumentiert vernünftig mit dem Support, ähm, dass ihr halt Credits versenkt habt, ähm, in diesem Event, ohne auch nur einen Gegenwert zu erhalten, weil vielleicht euer Angebot zu diesem Zeitpunkt, was ihr gerne haben wollte, schon ausverkauft war und euch deswegen nicht angezeigt wurde. Ähm, schreibt ein Ticket, versucht eure Credits wiederzubekommen. Ähm, ich denke, jeder hat ein Recht da drauf, ähm, was Wargaming hier macht oder vermutlich gemacht hat, wenn das stimmt, so unter der Hand, finde ich nicht in Ordnung. Deswegen teilt auch gerne die Informationen weiter und, ähm, ich hoffe und drücke euch die Daumen, dass jeder, der da sehr viele Credits versenkt hat, auch seine Credits wiederbekommt. In dem Sinne, kurzes Infovideo. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Teilt es weiter und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Euer. Bis zum nächsten Mal.